In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie die momentane Änderungsrate mit Integrale bzw. Integralfreie Terme zusammenhängt und natürlich werden wir uns das Ganze grafisch sowie rechnerisch anschauen. Für den Anfang wäre es natürlich wichtig zu wissen, welche Bedeutung die momentane Änderungsrate in diesem Zusammenhang besitzt. Naja, die momentane Änderungsrate ist eigentlich die Ableitung einer gegebenen Größe oder manchmal auch Bestandsfunktion genannt. Und was für uns in diesem Tutorial wichtig ist, ist die Tatsache, dass wenn die momentane Änderungsrate einer Größe vorliegt, dann kann man daraus die Größe oder Bestandsfunktion selbst rekonstruieren. Was diesen letzten Satz genau bedeutet, werden wir uns jetzt anhand eines klassischen Beispiels anschauen. Wir haben hier zum Beispiel die Geschwindigkeitskurve für ein Objekt. Wie ihr an diesem Koordinatsystem erkennen könnt, die x-Achse ist eigentlich eine Zeitachse, also t in Sekunden, und die y-Achse ist natürlich die Geschwindigkeit in Meter pro Sekunde. Wieso ich eigentlich diesem Beispiel gewählt habe? Und zwar, weil die Geschwindigkeit eigentlich die momentane Änderungsrate der Strecke ist. Und diese Strecke oder der Weg genau den gesuchten Größe bzw. Bestandsfunktion entspricht. Und genau diesen Zusammenhang wollen wir hier anhand dieser Geschwindigkeitskurve Schritt für Schritt nachvollziehen. Also, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Geschwindigkeit tatsächlich die Änderungsrate der Strecke ist, bedeutet das für uns übersetzt, wenn wir jetzt für verschiedene Zeitpunkte, hier an dieser Stelle zum Beispiel nach 1, nach 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sekunden, die jeweilige Geschwindigkeit ausrechnen, dann haben wir zu diesen Augenblicken auch die Änderung der Strecke. Das Problem ist, zwischen 0 und 9 Sekunden gibt es nicht nur diese einzelnen Werte für die Änderung, sondern es gibt unendlich viele Werte. Und diese unendlich viele Werte können wir nur bestimmen, wenn wir die Fläche zwischen der Geschwindigkeitskurve und der x-Achse bestimmen. Wieso diese Fläche genau der Strecke bzw. dem Weg entspricht, kann man auch sehr leicht nachvollziehen, indem man einfach hier sich ein Kästchen aus dieser Gesamtfläche rausschneidet. Damit meine ich dieses rote Kästchen hier. Und dieses Kästchen ist eine Einheit lang und eine Einheit breit. So, vergessen wir nicht die Einheiten mitzunehmen bei dieser Flächenberechnung. Das bedeutet, an der x-Achse haben wir natürlich die Zeit in Sekunden, also das wäre jetzt eine Sekunde. Und an der y-Achse haben wir die Geschwindigkeit in Meter pro Sekunde. Also die Einheit hier wäre ein Meter pro Sekunde. Jetzt können wir natürlich hier an der Seite diese Fläche ausrechnen. Die Fläche von Quadrat kennt ja jeder, also a mal a, oder wir können ja einfach sagen, wir haben ein Groß-A, also für die Fläche dieses Kästchens. Das ist eine Sekunde mal ein Meter pro Sekunde. So, natürlich, wenn wir jetzt die Zahlen zusammenfassen, kommt eins raus. Das ist eine Flächeneinheit. Aber viel wichtiger ist, was mit den Einheiten an dieser Stelle passiert. Sekunde kürzt sich weg. Und am Ende bleiben natürlich nur Meter übrig. Also, hiermit haben wir dann den Beweis, dass diese Fläche unter der Geschwindigkeitskurve genau der Strecke entspricht. Weil die Strecke natürlich im Meter gemessen wird. Jetzt wäre es natürlich an der Zeit herauszufinden, was das Ganze mit Integrale und Stammfunktionen zu tun hat. Betrachten wir wieder unsere Kurve von vorher. Und stellen wir uns vor, wir wollen jetzt für die ersten 5 Sekunden den Weg herausfinden, dass dieser Objekt hinter sich hat. Also, wir haben dann praktisch eine Zeitspanne von 0 bis 5. Und wie wir gerade herausgefunden haben, müssen wir eigentlich die Fläche hier zwischen Kurve und X-Achse bestimmen. Zur Erinnerung, die Fläche zwischen einer Kurve und der X-Achse kann man natürlich mittels Integral bestimmen. Also bedeutet das für uns, wenn wir diese Geschwindigkeitsfunktion hätten, dann müssten wir eigentlich in diesem Fall nur Integral von 0 bis 5 ausrechnen. Und damit hätten wir den gesuchten Weg. Alternativ kann man auch einen anderen Lösungsweg einschlagen. Und zwar, man kann einen sogenannten integralfreien Term oder eine bestimmte Stammfunktion bestimmen. Stellen wir uns also vor, wir hätten jetzt eine Kurve oder ein Funktionsterm, was genau diesem Weg oder dieser Strecke entspricht. Diese Funktion wäre dann eine ganz bestimmte Stammfunktion von der Geschwindigkeitsfunktion, die wir vorher benutzt haben. Und wenn wir diese Wegfunktion hätten, dann könnten wir einfach die 5 Sekunden für t in dieser Funktion einsetzen und bestimmen, welchen Weg nach 5 Sekunden dieser Objekt hinter sich hätte. Und jetzt stellt sich nur noch die Frage, wie stellen wir denn eigentlich eine solche Stammfunktion auf, was in der Regel in der Aufgabenstellung als integralfreier Term bezeichnet wird. Und zwar, indem wir natürlich die Geschwindigkeitsfunktion integrieren. Also, die neue Funktion habe ich hier bezeichnet mit Groß f von t, wobei klein s von t die Stammfunktion von v von t, von unserer Geschwindigkeitsfunktion ist. Allerdings haben wir am Ende natürlich noch eine Konstante, die unbedingt in diesem Sachzusammenhang bestimmt werden muss. Also diese Konstante kann man nicht vernachlässigen. Sie ist für fast alle Aufgabenstellungen sehr wichtig. Und diese Konstante muss man dann getrennt bestimmen, mit Hilfe einer Randbedienung, die man in der Aufgabenstellung findet. Und keine Sorge, wie wir gleich anhand einer Beispielaufgabe sehen werden, ist es wirklich nicht schwer, diese Konstante zu bestimmen. Wenn wir jetzt also davon ausgehen, dass wir diese Wegfunktion Groß f von t besitzen, dann können wir natürlich die 5 Sekunden wieder einsetzen und entsprechend den gesuchten Weg ausrechnen. Einen kleinen Hinweis noch an dieser Stelle. Man kann diesen integralfreien Term auch mit Hilfe einer sogenannten Integralfunktion sehr schnell bestimmen. Allerdings ist das ein Thema, was meistens nur im Leistungsfach Mathematik genauer besprochen wird. Deshalb werde ich erst in der Beispielaufgabe damit einen alternativen Lösungsweg zeigen. Und hier ist endlich unsere Beispielaufgabe. Da diese Aufgabe Richtung Klausuren bzw. Abiturniveau gehen sollte, habe ich mich hier an dieser Stelle für eine Exponentialfunktion entschieden. Ich werde jetzt kurz die Aufgabenstellen überfliegen. Ein Fahrzeug wird aus dem Stand beschleunigt. Seine Geschwindigkeit ist gegeben durch die Funktion v von t, t in Sekunden und v in Meter pro Sekunde. Wie weit fährt das Ausdruck in den ersten 100 Sekunden? Wie ihr wahrscheinlich schon anhand der Fragestellung erkannt habt, geht es natürlich auch hier darum, die Strecke oder den Weg zu bestimmen in diesen ersten 100 Sekunden. Und wir werden für den Anfang diesen einen Lösungsweg mit Hilfe des Integrals nehmen. Das bedeutet, wir werden jetzt ein Integral aufstellen. Also einfach ein Integral von 0 bis 100 von unserer Funktion, also schreibt kurz ab, 25 minus 25 e hoch minus 0,1 t dt und diesen Integral einfach lösen. Das bedeutet, mit Hilfe des Hauptsatzes bilden wir jetzt zuerst eine Stammfunktion. Also 25 integriert sind 25 t. Und bei der e-Funktion können wir diese sogenannte lineare Substitution verwenden. Das bedeutet, diese minus 0,1 kommt unter dem Bruchstrich, unter dem minus 25, minus durch minus ergibt plus und 25 geteilt durch 0,1 natürlich 250. e hoch minus 0,1 t. Und das Ganze dann von 0 bis 100. Jetzt setzen wir die Grenzen ein, zuerst die obere. Also wir haben dann 25 mal 100 plus 250 mal e hoch minus 0,1 mal 100. Minus und dann wird die Untergrenze eingesetzt. Naja, 25 mal 0 wird natürlich später 0. plus 250 mal e hoch minus 1 mal minus 0,1 mal 0. Das ist natürlich ebenfalls 0. Und wenn ihr das Ganze in den Taschenrechner eingibt, dann kommt raus 2250 Meter. Also, das wäre die Strecke. Alternativ werden wir natürlich einen Lösungsweg mit Hilfe eines integralfreien Terms aufstellen. Und als erstes mit Hilfe einer speziellen Stammfunktion. Das bedeutet, wir bilden jetzt die Stammfunktion. Klar, schummeln wir ein bisschen an dieser Stelle. Wir haben eigentlich die Stammfunktion schon bei der ersten Lösung gebildet. Gut, die schreibe ich jetzt erstmal nur ab. 25t plus 250 mal e hoch minus 0,1t. Und ganz wichtig, ihr dürft diese Konstante hier nicht vergessen. Für diese Konstante müssen wir in diesem Sachzusammenhang natürlich einen passenden Wert bestimmen. Und bei der Einführung habe ich erwähnt, dass dafür in der Aufgabenstellung eigentlich immer eine Randbedienung gegeben ist. Zugegeben, diese Randbedienung ist hier in dieser Aufgabenstellung ein bisschen versteckt. Man könnte es nachvollziehen, dass hier am Anfang steht, ein Fahrzeug wird aus dem Stand beschleunigt. Das habe ich mit Rot markiert. Das bedeutet, die Strecke zu Zeitpunkt 0 ist natürlich 0. Das kann man mathematisch als Randbedienung so schreiben. Groß f von 0 ist natürlich 0. Und diese Randbedienung werden wir jetzt hier benutzen, um einen passenden Wert für c zu bestimmen. Es gibt nur eine Sache, die wir hier machen können. Natürlich diese Werte einsetzen. Also für f von t wird natürlich die hintere 0 hier eingesetzt. Und für t ebenfalls 0. Dann haben wir, wenn ich das Ganze ausführlich schreibe, 25 mal 0 plus 250 mal e hoch minus 0,1 mal 0 plus c. Naja, 25 mal 0 ist natürlich 0. e hoch 0 hier hinten ergibt 1. Also übrig bleibt da nur noch 0 ist gleich 250 plus c. Dann bringen wir natürlich die 250 rüber mit minus 250 und damit haben wir einen passenden Wert für c. Also c ist minus 250. Und jetzt können wir mit diesem Wert für c eine passende Stammfunktion bestimmen oder hinschreiben beziehungsweise ein integralfreier Term. und der sieht dann so aus. Ich schreibe eigentlich nur von links ab und hinten setze ich den passenden Wert für c ein. Also minus 250. Wenn wir jetzt rausfinden wollen, wie weit das Auto nach 100 Sekunden gefahren ist, dann müssen wir natürlich hier für t 100 einsetzen. Und ihr könnt euch schon vorstellen, was beim Eintippen im Taschenrechner dabei rauskommt. natürlich die 2250 Meter von oben. Und zum Schluss noch ein alternativer Lösungsweg zum Aufstellen des integralfreien Terms mit Hilfe der Integralfunktion. Auch hier spielt die Anfangsbedienung eine wichtige Rolle. Also es ist wichtig zu wissen, dass zu Zeitpunkt 0 das Fahrzeug gar keine Strecke hinter sich gebracht hat, weil diese Tatsache bringt uns auf die untere Grenze der Integralfunktion. Also Integralfunktionen werden wieder mit j oder i bezeichnet und die untere Grenze ist natürlich 0 von x. Und das heißt übersetzt Integral von 0 bis x von unserer Geschwindigkeitsfunktion v von t t t. Und jetzt müssen wir nur dieses Integralenabhängigkeit von x ausrechnen. Die Stammfunktion haben wir ja bereits, deshalb übernehme ich sie einfach von oben. Sind 25 t plus 250 e hoch minus 0,1 t und das Ganze natürlich von 0 bis x und jetzt setze ich natürlich die obere Grenze zuerst, also x ein. Deshalb habe ich dann 25 x plus 250 mal e hoch minus 0,1 mal x und wenn wir die 0 einsetzen, dann haben wir praktisch hier 25 x 0 das ist natürlich 0 und e hoch 0 ist 1 also bleibt nur 250 übrig, deshalb minus 250 hintendran. Spätestens jetzt erkennt ihr, das ist ja der gleiche Term wie hier oben bei dem zweiten Lösungsweg. Von daher auch hier können wir die Strecke ganz einfach rausfinden, indem wir die 5 Sekunden in dieser Funktion einsetzen. Ich schreibe jetzt einfach f von 5 alternativ könnte man auch schreiben j 0 von 5 würde auch gehen und das sind natürlich dann 2250 Meter. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Natürlich ist dieser Zusammenhang nicht der einzige Zusammenhang zwischen der momentanen Änderungsrate und einer Bestandsfunktion, sondern es gibt unzählige solche Zusammenhänge. Dann bei der Lösung habt ihr schon bemerkt, es ist natürlich wichtig zu wissen wie man eine Stammfunktion bildet und wie man Integrale ausrechnet. Und bei Integrale gibt es natürlich noch andere anwendungsorientierte Bereiche, die sehr wichtig sind, wie zum Beispiel Flächenberechnung, Berechnung von Notationskörper, Mittelwerte von Funktionen und uneigentliche Integrale. Wenn bedarf, Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht, ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts. Das Enough mit Observation geht es um ein Ding, ein Oman wird Vielen Dank.